Hier ist der Stern also zu Boden gefallen. Das Ziel meiner Jagd muss in der Nähe sein. Der Stern ist in der Nähe. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Ich bin nur noch der Schilder. Ich bin nur noch der Schilder. Ich bin nur noch der Schilder. Ich habe nicht genug Spaß. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Die Protesten mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter demonströsen Fleisch lauern Dornen und in ihren Körpernisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düsternis, die höchst ich nicht ergriffen. Nicht genug Spaß. Die Verkaufel sind in der Hölle des Geistes. Die Verkaufel sind in der Hölle des Geistes. Das war's. 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 Ich. Das war's. Das war's. Das war's.